Hallo, schön, dass ihr da seid, hier im neuen Wohnzimmer der MLP Academics Heidelberg, dem SNP-DOM. Mein Name ist Mirko Spohn und ich möchte euch mitnehmen auf einen Rundgang durch dieses neue Wohnzimmer. Hier befinden wir uns jetzt gerade im Eingangsbereich und kommt mal mit, ich zeige euch mal den ersten Blick aufs Spielfeld. Durch diese Tür gelangt ihr zum Ort des Geschehens, zum Spielfeld und da nehme ich euch mal mit, um natürlich auch einen Blick drauf werfen zu können. Und wie ihr seht, wird hier im Hintergrund fleißig trainiert, damit wir natürlich auch in Zukunft ganz viele Siege gemeinsam im SNP-DOM feiern können. Deswegen lasst uns mal ganz leise sein. Hier an der Seite des SNP-DOMs ist der Eingang für die Sportler und ich nehme euch mal mit ins Allerheiligste zu den Umkleidekabinen. Da sind wir angekommen. Mehr hinter die Kulissen kann man nicht blicken. Also lasst uns reinschauen. Hier bereiten sich unsere Jungs, die MLP Academies Heidelberg, aufs Spiel vor. Und hier wird mit Sicherheit das ein oder andere Wort auch mal fallen, vielleicht auch mal lauter vom Headcoach. Natürlich wird auch während eines Heimspiels für das leibliche Wohl gesorgt, wie ihr hier sehen könnt. An insgesamt drei Stationen hier auf dieser Ebene bekommt ihr was zu futtern und auch was zu trinken. Natürlich auch für die Nerven. Das ist der Weg zum Oberrang. Und selbst von hier oben hat man einen super Blick aufs Spielfeld und kann unsere Jungs natürlich lautstark unterstützen. Schaut mal. Dies ist der Business Club des SNP-DOMs. Hier können Sie sich während des Heimspiels zurückziehen, was essen, was trinken und natürlich gute Gespräche führen. Und dennoch nicht das Spiel der MLP Academics Heidelberg verpassen. Ich wünsche Ihnen gute Gespräche. Hier befinden wir uns jetzt unter dem Dach. Das ist das Herz des SNP-DOMs. Zumindest was die Technik betrifft. Das ist der Regieraum. Von hier wird der Ton und das Licht des Spielgeschehens gesteuert. Und natürlich kann man auch dabei nicht das Heimspiel der MLP Academics Heidelberg verpassen. Für alle Medienvertreter unter Ihnen. Wir befinden uns jetzt hier im Untergeschoss. Und das ist der Raum der Pressekonferenz. Hier können Sie alle Fragen, die Sie nach einem Spiel haben, an den Head Coach und die Spieler richten. Herzlich willkommen, liebe Partner der MLP Academics Heidelberg. Auch Sie möchten wir natürlich gebührend empfangen in zum Beispiel eine der Logen des SNP-DOMs wie dieser hier. Hier können Sie Geschäftskollegen und auch Freunde einladen und gemeinsam das Heimspiel der MLP Academics Heidelberg verfolgen. Und ich nehme Sie jetzt schon mal mit auf einen Ihrer Top-Plätze. Sie sehen also, auf viele unterschiedliche Arten und Weisen können Sie den Weg in den SNP-DOM finden und unsere Jungs, die MLP Academics Heidelberg unterstützen und zum Sieg führen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.